Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bücher, Musik, Auktionen, Z-Shops. Einfach so einkaufen. Amazon.de Alle Testfahrten sind gleich. Der Ford Focus mit dem bestgetesteten Fahrwerk seiner Klasse. Hier eine herkömmliche Geopackung und hier, wusch, die neue Geopackung mit dem Pfeil. Also wenn Sie immer die hier gekauft haben, müssen Sie jetzt die hier kaufen. Paff! Was will uns der Künstler damit sagen, was bei TISDN der T-Online-Anschluss jetzt mit drin ist? Gleich sieht das. Ich erzähl's. Jetzt TISDN. Infos www.t-online.de Hey, bestanden! Wie war's? Ach, dieser Prüfer. Egal, ich darf jetzt fahren. Sogar mit deinem Auto. Nur mal langsam. Ja, ja. Such dir erstmal was Tolles aus. Willst du, dass ich aus den Nähten platze? Mir reicht ein Kinder-Bueno. Knusprig-leichte Waffeln, zarte Milch-Haselnuss-Creme und gute Vollmilchschokolade. Mh, schmeckt wirklich leicht und knusprig. Echt gut, diese Kurven. Mh, echt gut. Hey! Kinder-Bueno. Gut, dass es so knusperleicht schmeckt. Oh. Ob sie es hat? Hör mal. Danke. Plätze, ja, den T-Online-Anschluss mit drin. Ja, entweder man hat es oder man braucht es. Jetzt TISDN. Infos 0800 33 07000. Howdy, 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 Freunde. Schön, wieder bei euch zu sein. Seid gegrüßt. Hey, hey, einen Moment. Stopp den Film. Spielt der etwa auch mit? Entschuldige bitte, du alberne Aufziehpuppe. Was wäre Toy Story 2 ohne Fast Lightyear? Ein guter Film. Toy Story 2 ist zur Unendlichkeit und noch bald im Kino. Jetzt bei TISDN einsteigen. Mit der ISDN-Anlage T-Konzept XI 321. Ideal, um superschnell T-Online zu gehen. Nur 379 Mark im T-Punkt. Infos www.tee-online.de Alle Pizzas gehen hoch. Geht ja gar nicht. Geht ja wohl. Stimmt. Die erste Tiefkühlpizza ist da, die im Ofen frisch hochgeht, weil sie nicht vorgebacken ist. Sie heißt die Ofenfrische. Und genauso schmeckt sie auch. Die Ofenfrische. Ein Hoch auf den Genuss. Neulich in der Apotheke. Guten Tag. Guten Tag. Ich hätte gern... Wir hätten gern was gegen Husten. Gibt's da auch was von Ratiofarm? Ratiofarm. Nutzen Sie Deutschlands großes Arzneimittelsortiment. Ratiofarm. Gute Preise. Gute Wässerung. Schon probiert? Original Leerdammer als feiner Schmelzkäse. So viel ist nur in Leerdammer. Guten Morgen, Chef-Ingenieur Dr. Braun. Entwickeln Sie ein Auto, das in seinen Ausmaßen kompakt und im Innenraum sehr variabel ist. Der Innenraum muss so konstruiert sein, dass man ihn in drei Sekunden vom Kompaktwagen zum Van umwandeln kann. Und das alles ohne die Sitze auszubauen. Viel Erfolg, Dr. Braun. Fast unmöglich. Aber nur fast. Saphira der Erste. Außen kompakt. Innen und Wärme. Na, was möchte unser Guido Horn finden? Ein Cappuccino und eine Nussecke. Nussecken haben wir nicht. Aber wie wärst du mit Giotto? Na, wird der Meister seinen Nussecken untreu? Das sind doch runde Nussecken. Giotto. Die runde Nussecke. Hallo? Das Motorola VDOT 3688. Eins der kleinsten Juhl-Band-Handys der Welt. Jetzt super günstig im T-Punkt und im Fachhandel. Ne, das ist klar. Also wenn du nochmal anrufst, deshalb... Neu aus dem Land mit würzigem Duft und starkem Charakter. Patros aufs Brot. Mit frischen Kräutern und feinen Feta-Stückchen. Ursprünglich und natürlich. Wie alles von Patros. Willkommen beim neuen Patros. Patros aufs Brot. Käsegenuss auf mediterrane Art. Von Hochland. Länger durch Eis und Schnee telefonieren für weniger Geld. Mit der Sparvorwahl 01040 von GTS. National ab 5 Pfennig die Minute, international ab 20 Pfennig. GTS Europa wählen. 01040 plus Vorwahl plus Rufnummer. Kinder Maxi King präsentiert der Milch-Börger. Kinder Maxi King. Maximal Genuss mit Milch. Der Milch-Börger. Nur im Kühlregal. Eine starke Frau. Ein mutiger Held. Und eine Leidenschaft, die sich nicht verleugnen lässt. 20th Century Fox präsentiert Jodie Foster und Chau-Jan Fett. Anna und der König im Kino. Wenn Sie nichts auf der Welt so sehr lieben wie Ihr Kind. Und Ihr Kind nichts auf der Welt so sehr liebt wie Süßes. Dann geben Sie ihm den Zwei. Die Vitamine, die es braucht. Und alles, was es mag. Die Welt ist groß und schön für unsere Kinder. Begleiten wir sie ein Stück. Link 2. Vitamine und Naschen. Wenn auch Sie günstig telefonieren wollen, entscheiden Sie sich für Othello. Wie schon über eine halbe Million anderer Kunden. Rufen Sie an. 0180 31998. Medakino. Auf dem Golfplatz ist er ein Profi. Aber im Bett. Na, wie war ich? Also, Sie haben jämmerlich versagt, Roy. Was? Der totale Amateur. Kevin Kostner hat ein Handicap. Ich muss auf eine Ebene kommen, wo die Frau mich nicht mehr für eine Witzfigur hat. Rene Rousseau. Warum wollen Männer ständig ihre Schwanzlänge vergleichen? Die Free-TV-Premiere. Tim K. Morgen 20.15 Uhr. Auf ProSieben. Der längste Gewinn. Unter Wasser herrschen andere Gesetze. Unter Terroristen. Wenn Sie nicht kooperieren. Herrschen keine. Sie wollen die Herrschaft über die freie Welt. Dafür würden Sie eine Atombahn hochgehen lassen. Zum ersten Mal im Free-TV. Michael Dudikoff. Crash Dive. Gleich im Anschluss auf ProSieben.